Kuchaku Omosako 63 cm Sansai weiblich. Auch der ist sehr gut, hat eine tolle Kopfzeichnung, sehr schönen metallischen Glanz, ist jetzt vom Benni ziemlich hell, ist gut gewachsen, drei Jahre, 63 cm für einen Kuchaku ist sehr gut, ist in der Wachstumshelderung innen, also ohne Sonnenlicht, deswegen sind die ja relativ hell, gelb-orange, wenn die an die Sonne kommen, dann werden die deutlich dunkler, also die schieben da Benni nach. Von der Hautqualität ist er sehr gut, Kuchakuhan ist gerade am Ausbilden, Omosako ist führend momentan bei Kuchaku in Japan, gewinnt alle Preise auf sämtlichen Shows. Und das ist auch verdient, da hat sich eine super Linie aufgebaut.